Das war hier bei dem N-Wertierten. Und da gibt es nämlich noch einen, den ich gar nicht gesehen habe. Auch höchst interessant, dass da einer versteckt ist. Das wusste ich ja gar nicht. Wie kommt man denn da ran, bitte? Das finde ich jetzt sehr, sehr interessant, das mal rauszufinden. Deswegen möchte ich das noch rauskriegen. Ja, ja. Ich weiß auch, wo der ist. Und danach gehen wir noch mal zu dem anderen Level. Weil da brauche ich nämlich auch noch den nicht sterbenden Edelstein. Und dann gehen wir noch mal rauskriegen. 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 Und dann gehen wir noch rauskriegen. Und dann gehen wir noch rauskriegen. Das können wir doch schon kommen, Traktorstrahl, ja, ja, komm. Das ist ein Problem, Traktorstrahl, ja, komm. checkpoint unter seitwärts drehen und dahin ah nein er wird grinden kein problem ja es ist das ist echt die dümmste stelle die man haben kann kein problem so checkpoint schisman schisman So, vielleicht sind wir da. Da ist überhaupt keiner. Voll die Lüge. Ja, da ist definitiv keiner. So bekloppt, ich hab den schon. So, hier fehlt mir glaube ich nur, ich glaube der Nicht-Sterbende. Dann haben wir blinde Passagiere abgeschlossen. Das ist gut. Dann haben wir einen Orbit-Level weg. Das ist sehr schön. Könnte ich nämlich noch Crash-Landung machen und, äh, ja. N-Trophy nochmal besiegen im N-Wertierten. Das könnt ihr eigentlich auch mal machen, doch. Könnte ich auch eben noch schnell erledigen. So, weg. Was ist das, was ich denke? Der Verborgene. Äh. Äh. Vielen Dank. Alles klar, ich weiß wo alles. Einfach hier durch und hier ist es gleich. Ja, wir haben es gefunden. Ja, wunderbar, habe ich das doch auch. Ich will hier runter. Jetzt beende ich nochmal den Level eben. Und dann haben wir auch blinde Passagiere fertig mit Edelstellen. Wunderbar. Brauch ich das nicht mehr machen? Geil. Das ist das sechste Chaos, das mir bestohlen wurde. Meine Frau bringt mich hoch. Einfach hier durch. Tschüss, hold up. Brauch ich nicht mehr und raus. Das ist das sechste Chaos. Nein. Ich will nur selben. Ja. Und. Äh. Ach Junge. Ich will nur mal. Wir sind gut. Dann wird das Teufel. Ja. Genau. Ja. Nee. Ja. Ja. So, auch geschafft gleich. Sir Oxide ist hier. Sein Raumschiff. Asteroidengürtel. Wir sind getroffen. Schneidet euch ab und repariert mein Schiff. Nelle Lakaien, eine Settungskapsel für eure Meister. Alle von mir. So, dann haben wir das schon mal fertig und das ist gut. Auch erledigt. So, dann haben wir noch ein Level weniger. Ich habe ja noch einige vor mir. Ein paar Level haben wir ja noch. Gucke ich mal bei Crashlandung. So, dann seç noch mal. So, dann sehen wir uns dann hier. So, wenn man failure hat. So, dann So, dann der Es ist höchst interessant, wo der versteckt ist. Dass wir das Nicht-Sterben schon mal machen, weil dann habe ich das hinter mich, weil es soll, wie ich mal gelesen habe, das schwierigste Level in dem Spiel sein. Ja. Was ja bestimmt auch nicht untertrieben ist. Okay, wir auch schon. Ich weiß, wo der Geime hier ist. Ich habe den Level schon mal gemacht. Ja, ich darf auch nicht hier sterben. Das ist so brutal. Der ist einmal gestorben. Nein! Boah, ich wäre da rangekommen. Ich mache mal Neustart. Wäre denn auch das letzte Level für heute? Ja. Dann brauche ich eigentlich nur noch quasi, jetzt muss ich auch noch einen invertierten Modus tun. Ich denke mal, ich hole erstmal alle Edelstinne, die nicht, äh, ähm, naja, die mit den Nicht-Sterben, das hole ich erstmal. Äh, das geht, wenn das in mich weg ist, ist das schwerste schon mal weg. Das ist nur noch ein Klacks. Edelstinne sammeln. Ja. Ich mache ja schon seit ein paar Tagen, wie viel ich werde hier. Ich glaube, ich gehe mal komplett hier hoch. Ja, weil, dann komme ich dann nämlich auch an. Einfach hier weiter, ja. Maske, sehr gut. Noch ein Checkpoint. Ja, jetzt kommt der. Wie soll ich in die Qualen reinfahre? Ich habe keine Ahnung. Ah, hier ist es nicht sterben, sondern das ist echt total. Hier finde ich es wirklich mal schwer. Ich bin nur einmal schon. Ach, hau ab. Ich baue ich gar nicht. Oh, ich gehe weiter. Nein. Hm. Das ist gar nicht einfach, ey. Ehrlich. Jetzt gibt es die Gravitation noch dazu. Oh, ich gehe weiter. Ja, egal. Ich habe eine Maske weniger drauf geschissen. Moment mal. Das ist hier ungefähr. Ich glaube, das ist doch die Stelle, oder? Ja. So, jetzt vorsichtig spielen. Jetzt habe ich es ja so weit. Oh Gott. Ich habe es nicht gesehen. Das ist gar nicht so leicht, finde ich. Das ist das. Okay. Nein. Ey, Junge. Was machst du eigentlich denn da? Genau das frage ich mich gerade. Ich darf echt nicht sterben, ey. In diesem schwierigen Scheißle. Mann. Ey, das nervt mich aber. Das geht mir aber auf den Sack Die Scheiße hier Also krass Habe ich mich noch gerettet In dem Moment Sehr gut Gut ist der Mann Ich könnte schon eine Maske gebrauchen Äh, ja Sehr gut Ah, Checkpoint, ey Ja damit, los Ja damit Ich hau mal von der Quale ab Einfach abhauen Weg mit dir Weg Ja Bin schon mal drüben Checkpoint Ich finde das Gar nicht so einfach Alter krass Wie habe ich das hingemacht gerade Nein Oh mehr Ich schaffe das jetzt erstmal Ich finde das echt nicht reicht Aber ich habe immerhin ein Geheim Ja aber das bringt mir nicht wirklich viel Zu weit Boah Alter Wie soll ich das denn schaffen Ich meine Ich habe den Geheimen Brauche ich den nicht mauen Ey was Das ist Ist normal Das denn ist absoluter Scheiß Wie soll man das denn machen Aber das noch perfekt machen Das ist Ich finde das unmenschlich krank Das noch hinzukriegen Ey Heidewitzker Bleib mir nämlich den Geheimen Gucken wir mal jetzt wie viel Prozent ich habe Weil ähm Mir kommt das ein bisschen so seltsam vor Mehr nicht 80 Prozent haben wir Will ich den noch besiegen? Ich kann es probieren Als Abschluss ja Kann ich es eigentlich mal machen Irgendwie eine Menge geschafft schon heute Also Ja Mit dem Aufnehmen so an sich Ist schwierig Ich mache es nicht mal Tür zwischen Dimensionen Dass die Realität erschüttert Interdimensionaler Was du tanken Was du tanken Was du total Dämliches anstellt Rauch Nicht aus Nicht aus Unserum Universum Ich bleib Ich bleib Solo Achtung Echt Ich bleib Ich bleib Ich bleib De Kurs Ich meine Alles Ist das Ist das Ist das Merti Alles Wir Iber Neu Neu Was ist das? Was ist das denn? Äh, what? Was? Ich krieg da für eine Trophäe? Ist ja interessant. Graben. Nein. Er kommt bis da ran. Ich... Aber was war das bitte? Ist ja geil. Erstmal zu ihm hinkommen. Ja, ist mal gut. Oh, und das ist hier noch. Einfach hier rüber, zack. Das war echt knapp. Denn hier... Nein. Verdammt. Ich will ihn noch besiegen. Aber, äh, ich hab's einfach mal geschafft, den Erfolg zu kriegen. Als für dieses Ohr. War eine ziemlich gute Idee mit dem Ohr. Ja, muss ich sagen. Als Gründer und Abschluss finde ich das okay. So, jetzt sind wir da. Die Sicherheitslaser aktivieren. Nein. Ja, ich besiege dich aber jetzt. End Trophy. Okay. Ich bin keine Flohrschreuder. Ich bin ein Beutelachs. Ja, ich bin ein Beutelachs. So, ein Treffer und jetzt noch die nächsten. Rächt dich mal. Ficke mal sehr spannend. So, damit habe ich es auch geschafft, auf invertiert. Aber cool. Einfach mal nur Trophäe, zack, gekriegt. Sehr schön. So muss es laufen. So, 81%. Ich finde, das reicht für heute. Wir haben echt eine Menge geschafft. Echt sehr viel, meiner Meinung nach. Und morgen, wenn wir uns mal hier mit beschäftigen, ich überlege, ob ich erstmal die invertierten Sachen mache. Ich überlege, dass wir ihn hier auf invertiert auch besiegen. Und dann habe ich alle invertierten weg. Das ist sehr schön. Und, ähm, wir machen das mit den geheimen Dingern morgen weiter. Plus die nicht sterbenden. Ja, und da fangen wir dann an bei... Äh, habe ich mir überlegt. Wahrscheinlich... Hier. Ja. Ja. Danke, wünsche ich euch schon mal fürs Zusehen. Daumen nach Omeerischen und ein Abo von euch. Haut rein, bis dann. Ciao.